Hiho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Königsmacherfreunde zur Majesty Gold HD. So, äh, cancel. Wir aktivieren erstmal wieder unsere Mod. So, gehen dann wieder auf die Übersichtskarte, weil wir müssen immer noch Day of Wreckening abschließen. Und dann müssen wir die ganzen Nordquests noch machen. Yay. Gut, Day of Wreckening. Können wir ja grad nochmal die Gegner durchgehen. Cyclope. Phantome. Witchking. Den komischen Exotypen. Drache. Und alles andere auch. Manifestationen von allen Dingen fehl und pestilent. Ja, gut. So, after Onslaut. No Tempest of A-Kite or Non-Human-Dweck may be built. Aber wir können sie uns, ähm... Abderazak. Gefühle, äh, wir können sie finden. Und eingliedern. Noi. Marketplace. Bilden. Meh. Dann wird der Marketplace halt hierhin gebaut. Und ich sollte hoffen, dass, ähm, meine beiden magischen Jungs hier sich mal die Mühe machen. Welchen hat's erwischt? Ach, ein Level 6. Der ist nicht so schlimm. So, klatsch mal den da bitte weg. So, und wir bleiben mal bei einem Marketplace. Und wir bleiben mal bei einem Marketplace. Ja, und da geht das schon mit dem Witchking los. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, your Marketplace now serves you better. I hope. Your highness, we've improved the guardhouse. Genau, mach den Rattenmenschen weg. Der klaut, der klaut uns nämlich. So, und da kommen Spinnen. So, dann brauchen wir noch mehr Reifen. Da verstecken sich jetzt alle Markier. Sovereign, a building has been upgraded. Gegen das Spinnen-Viehzeug. Das ist recht nervig. So, als nächstes brauchen wir noch eine Diebes-Gilde und, oh, Wild Gardens. Sovereign, a building has been upgraded. Äh, das wollte ich nicht. Ich wollte noch eine Diebes-Gilde bauen. Hm, was ist hier denn? Rogue's Guild. Und jetzt sollte ich dann mal hoffen, dass meine... Sovereign, a building has been upgraded. Ranger, irgendwann mal Bock haben. Die Gegend zu erkunden. Your majesty, a new building is complete. In the name of sovereign. Your highness, we've improved the guardhouse. Your majesty, a new building is complete. Kommt, ernsthaft. Ihr könntet doch mal ein bisschen rumlaufen und euch, um euch, und, äh, euch die Gegend ansehen. Is fighting, is fighting, is enchanting armor at the wizard guild. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche, dass ihr erkunden geht. Geht, erkunden. Genau, geh, erkunden. Nein, ich gehe noch Healing Potions kaufen. Hm. Fliegen Terror vor ein paar Spinnen. Ich glaub's nicht, ey. Ich wär jetzt wirklich mal glücklich, wenn ihr... Genau, geht, erkunden. So ist es brav. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, your marketplace now serves you better. Ach ja, Bibliothek. Intelligenz und Magierresistenz. Majesty, a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. Fervous, 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 Fervous und Krypto, das ist nicht mal, kann ich mal so schlecht, dass wir die als erstes entdeckt haben. Jetzt können wir nämlich Discord Warfare ausbilden, die wir ganz dringend brauchen. Okay, Helia haben wir auch gefunden, das ist alles schön und gut, aber... I'm done for... Three cheers for famine! So sie waren. Your highness, our research in the library is complete. I feel revitalized. Wir da mal... Solarius ausspin, das ist auch keine schlechte Idee. Ah, sie sind da, das ist nicht gut. So, hier könnte ich nur noch Leute ausbilden. Äh, hups, nein, 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 ich will keine Quorn-Berserker. Ja, die Berserker, der wird auch nicht viel machen können. Oh, da ist der Witch-King. Auf den setze ich meine Tausendser-Reward-Flag aus. Jetzt hat die Frage, wo sind noch Phantome unterwegs? Oh, da sehe ich, bin ich die ersten Phantome losgeworden schon. Nein, da ist auf jeden Fall noch ein Phantome. Was haben die da eigentlich eingerissen? Wachtturm, glaube ich. Cool, mein Barbar lebt sogar noch. Okay, mein Level-50-Magier ist noch am Leben, das ist gut. Das eine Phantom. Ist tot, oder? Ja, scheint tot zu sein. Hier sieht alles ganz gut aus, hier unten. Ich wäre mal froh, wenn ihr das Phantom-Tot kriegen würdet. Da wäre ich echt mal froh drüber. Nein, 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 nein. Gut, es ist tot. Das war der falsche Winner. Ich wollte den wintern. Oh, Mann. Das war Klicken mit den Zaubern. Das ist echt so nervig. Oh, der hat sich weggeportet, die Sau. Oh. Ich habe euch eine einfache Aufgabe gegeben. Tötet den Witch King. Aber nein, ihr müsst ja immer alle machen, was ihr machen wollt. Denn was seid ihr? Seid Helden, die sowieso machen, was sie machen wollen. Und natürlich latschen die irgendwo rum, anstatt dass sie Häuser bauen gehen. Hm. Sagen wir so, die Lich Queen, die ist jetzt nicht so das Problem. Majesty, ein newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. Your Majesty, a new building is complete. And your Azak.